Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie das Sicherheitsthermostat Ihrer Warmhaltevitrine zurücksetzen können. Trennen Sie zuerst die Stromversorgung. Drehen Sie das Gerät auf den Rücken. Lösen Sie alle Schrauben. Entfernen Sie die Blende. Sie können jetzt das Sicherheitsthermostat zurücksetzen. Befestigen Sie nun die Rückseite wieder mit den Schrauben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017